Immer wieder 10 Euro verdienen mit Musik hören, Geld verdienen, indem ihr einfach euch Songs anhört und dann ganz kurz sagt, wie ihr die fandet und damit könnt ihr Geld verdienen. Hi, mein Name ist Bastian Diaz, auf meinem Kanal geht es ums Thema Geld verdienen und mit dem Geld möglichst sinnvolle Dinge anzufangen. Und wir schauen uns heute mal eine Methode an, wie ihr es schaffen könnt, durch etwas, was wahrscheinlich ihr genauso macht, wie ich in meiner Freizeit, nämlich Musik hören, damit sogar Geld verdienen zu können. Ich denke, viele von euch begleitet Musik eigentlich durch den täglichen Alltag. Bei mir selber ist es auch so, ich bin auch relativ musikalisch, würde ich mal von mir behaupten. Also ich spiele schon seit einigen Jahren Gitarre und mag das immer ganz gerne, damit zu musizieren. Und klar, jeden Tag irgendwo auch mal hört man entweder im Radio, auf Spotify oder sonst wo halt einfach auch Musik. Also ich denke, die meisten von uns allen hören irgendwie auf täglicher Basis oder sehr, sehr oft in der Woche Musik. Und deswegen möchte ich euch eine Plattform vorstellen, auf der ihr Musik hören könnt, aber wo ihr dann auch gleichzeitig eben mit Geld verdienen könnt und sogar noch neue Songs entdecken könnt. Und diese Plattform, die heißt musiktest24.de. Das ist im Prinzip eine ganz, ganz einfache Plattform, auf der ihr quasi, und das steht hier eben auch hier unten, ihr könnt eben Online-Musik bewerten. Wie funktioniert das Ganze jetzt genau? Ihr könnt hier zweimal pro Monat, wie es eben auch hier steht, euch hier einloggen. Könnt ihr euch am Anfang erstmal einen Account machen und dann werden euch dann bei einem Test ein Musikstück vorgestellt. So, dieses Musikstück, das hört ihr euch an. Ja, das dauert ja also nicht lange. Der Zeitaufwand ist da überschaubar. Vielleicht habt ihr sogar dann auch eine Inspiration, dass euch das Musikstück so gut gefällt, dass es dann später in Spotify auf eure Playlist kommt oder wo auch immer ihr Musik hört. Und dann könnt ihr im Prinzip danach, werdet ihr ganz kurz noch gefragt, wie fandet ihr die Musik und noch ein, zwei andere Fragen zu dem Thema. Und im Prinzip müsst ihr nichts weiter tun, als euch die Musik anhören und dann am Ende sagen, wie ihr sie fandet. Und das ist eigentlich schon der ganze Aufwand, den ihr quasi habt. Und dann könnt ihr damit Geld verdienen. Ihr seht es eben hier, so einen Test kriegt ihr circa 100 Coins. Das kann mehr sein. Und deswegen, ich habe schon gemerkt, das kann auf jeden Fall deutlich mehr sein. Und je nachdem, mal einfach so als, um das mal ins Verhältnis zu setzen, ihr verdient alleine mit der Registrierung hier auf der Plattform 200 Coins. Ja, also das ist schon mal relativ viel. Deswegen, es sind ja auch circa 100 Coins. Es kann auch mal eben deutlich mehr sein. Und hier sieht man es eben, 1000 von diesen Coins entsprechen dann eben 10 Euro. Und das könnt ihr euch dann eben nicht nur per Gutschein und sowas überweisen lassen, sondern ihr seht es eben auch hier per Paypal. Also das, was wir wollen, mit sauberem Banktransfer dann am Ende. Zwar über Paypal, aber wir können uns das Geld eben auszahlen lassen als bares Geld. Und deswegen, also könnt ihr euch ja wie gesagt mal anmelden. Bei der Anmeldung müsst ihr Folgendes machen. Ihr geht eben hier oben auf, ihr kostenlos registriert und Musik-Tester werden drauf. Und dann könnt ihr den Schritt für Schritt ausfüllen, diesen Test, der dann kommt. Also ihr werdet ungefähr, ich habe das mal gemacht, ihr werdet ungefähr so 10 Minuten ungefähr brauchen, bis ihr diesen Test durchgespielt habt. Ihr werdet einfach verschiedenste Sachen gefragt zu eurer Person. Wie euer Verhalten ist, wie euer Medienverhalten ist, wo ihr Musik hört, wo ihr Inhalte schaut, auf welchen Streaming-Plattformen unterwegs seid und, und, und. Das sind alles so, man kann sich jetzt ein bisschen fragen, wenn man diesen Test durchgeht, sehr, sehr intensive Fragen zum eigenen Nutzerverhalten. Und das ist auch nicht ohne Grund so, weil auch hier ist es wieder so, wir reden ja wieder von einer Meinungsplattform, von einer Meinungsumfragenplattform, die wieder für Unternehmen, auch insbesondere für Radiosender und sowas genutzt wird, die Daten, die eben von euch und von anderen abgegeben werden, um Meinungsforschung zu betreiben. Auch hier wieder, keine Sorge, das Ganze ist anonym, man weiß also nicht, dass jetzt irgendwie ihr genau das und das macht. Also eure Angaben hier werden nur als reine Datensatz veröffentlicht, aber nicht mit euch als Namen in Verbindung gebracht. Und das, was ihr eben beantwortet, deswegen werdet auch bei dem Test merken, bei dem Einstiegstest, dass es eben auch Fragen zum Thema Radio gibt, ja, weil eben genau auch Radiosender hier wissen wollen, welche Zielgruppen sprechen sie an, welche Zielgruppen sprechen sie vielleicht überhaupt noch an. Ist ja auch ein Medium, das zu kämpfen hat in der heutigen Zeit. Und über welche Endgeräte wird vielleicht eben auch Radio konsumiert und nicht nur über das Autoradio. Also das sind einfach alle solche Sachen. Das heißt, Radiosender, insbesondere aber auch andere Unternehmen, stecken hier hinter und wollen diese Daten haben. Und das ist dann halt wieder, dieses Unternehmen als Konglomerat ist wert, euch dafür Geld zu geben, dass ihr eben eure Meinung abgebt und eure, ja, eure User-Daten dort reingeht, damit eben Meinungsforschung betrieben werden kann. Also, ihr meldet euch hier an, ungefähr 10 Minuten, dann bekommt ihr 200 Coins zugesichert. Ab 1000 Coins könnt ihr euch, wie gesagt, immer 10 Euro auszahlen lassen. Also ab 10 Euro ist die Auszahlung hier möglich, via PayPal am besten dann. Und ihr könnt, wie gesagt, euch hier zweimal im Monat einloggen und dann eben, äh, äh, beziehungsweise, ihr könnt zwei Tests pro Monat machen, genau. Also zweimal würde ich hier reingehen an eurer Stelle und ihr könnt dann, wie gesagt, Minimum 100 Coins verdienen. Und wie gesagt, die 200 Coins am Anfang habt ihr ja auch noch und die 1000 Coins entsprechen dann 10 Euro. Das ist natürlich jetzt keine Methode, um jetzt unendlich reich zu werden, aber auch das ist wieder so etwas, wo ich sage, ähm, das passt wieder zu so einer Art Routine. Sprich, ich weiß, okay, ich kann zweimal im Monat mich hier ganz kurz einloggen, einen neuen Song mir anhören und irgendwann kann ich mir ein bisschen wahres Geld auszahlen lassen. Ähm, das kann man mitnehmen, wenn man die Zeit hat. Äh, auch hier wieder zu diesem Thema, äh, ich stelle natürlich viele Apps vor und viele kleine Möglichkeiten, Geld zu verdienen und ich bin auch immer so fair und transparent und sage, hey, hiermit könnt ihr wirklich viel Geld verdienen ähm, und damit könnt ihr halt nebenbei euch mal so ein paar Kröten dazu verdienen und ein paar Kröten können kumuliert aber auch einiges ausmachen, wenn man die Zeit dafür hat. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel an Meinungsumfragen teilnehmt und so weiter, wenn eben auch hier jetzt eben der Musiktest24 anfängt, eine Musik zu hören, ähm, dann könnt ihr trotzdem, äh, Geld verdienen, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich muss sowieso mit dem Bus fahren, ich muss sowieso irgendwo warten, ich hab sowieso irgendwelche, äh, irgendwelche Zeiten, in denen ich nichts tue, warten muss und nichts tun kann auch großartig, dann könnt ihr aber immer noch an einem Smartphone entweder irgendwelche Umfragen beantworten, dazu hab ich auch einige Videos gemacht, oder ihr könnt jetzt eben hier zum Beispiel Kopfhörer aufsetzen, Musik hören und das bewerten und dann eben damit Geld verdienen, dass ihr diese Musik gehört habt. Also das ist eben für mich immer so die sinnvolle monetäre, äh, Lückenfüllerlösung, sage ich mal, solche Plattformen und wenn ihr eben genau in diesen Situationen seid, dann macht das doch einfach, ähm, und dann habt ihr damit auch wirklich eure Zeit besser genutzt, als Löcher in die Luft zu starren, gar nichts zu tun oder am besten irgendwelche unnötigen, Handyspiele zu spielen, dann noch lieber damit Geld verdienen, was ihr sowieso schon ganz gerne macht, zum Beispiel eben Musik hören. Ähm, genau, und wenn ihr halt sagen möchtet, ähm, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte nicht so diese zwischendurch kleinen, Geldverdienbeträge haben, sag ich, ich möchte so richtig Geld verdienen, dann kann ich euch immer nur ans Herz legen, fangt entweder an, ähm, am Anfang sowieso das Thema aktiv Geld verdienen ist für euch dann wichtig, ja, also ihr müsst gucken, dass ihr eine aktive Geldverdienmöglichkeit findet, wo ihr erstmal Zeit gegen Geld tauscht, ja, ähm, seid als Freelancer, seid als Dienstleister, wie auch immer ihr das betiteln möchtet, weil ihr damit einfach ein gewisses Kundenkapital, ein gewisses Startkapital euch anhäufen könnt, um überleben zu können, um eure Rechnungen zahlen zu können, um auch eben Geld vielleicht schon zurücklegen zu können, für spätere passive Projekte, weil natürlich soll das Ziel sein am Ende, und darüber rede ich ja auch auf meinem Kanal besonders viel, ähm, passiv Geld zu verdienen, und passiv Geld verdienen ist einfach so, ähm, was für euch in Zukunft eben das große Ziel sein sollte, dass ihr passivere Strukturen aufbaut, ähm, zum Beispiel, dass ihr über einen YouTube-Kanal Geld verdient, über einen Blog, oder sonst irgendwas, aber aktiv Geld verdienen, damit könnt ihr auch extremes Geld verdienen, und teilweise sogar immer noch mehr Geld, als mit passiven Strukturen, ähm, und dazu habe ich euch auch eben viele Videos hier reingepackt, und ich, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, und in Zukunft wird da auch mehr zu kommen, hier auf meinem Kanal, ähm, die für mich Abstand beste Methode, und das lukrativste Business in, äh, und darüber hinaus, ist halt nun mal das Thema, mit Texten Geld zu verdienen, ähm, also als Copywriter, als Content-Creator, ähm, beziehungsweise als Content-Schreiber, nicht Creator, ähm, also mit Texten Geld verdienen, sei es anfangen über Content.de und Textbroker, und dann später aber über Freelancer, und vielleicht auch als eigene Agentur, ähm, damit die Unternehmen zahlen euch Tausende von Euro dafür, dass ihr einfach gute Texte schreiben könnt, das ist nun ein Skill, wenn ihr Texte schreiben könnt, das ist eine der lukrativsten Sachen, die es gibt. Darum soll es aber in heutigen Video nicht gehen, wenn ihr wissen möchtet, wie ihr 4-500 Euro nebenbei schon mal im Monat verdienen könnt, durch Texte schreiben, dann schaut mal in die Videobeschreibung nach, da habe ich euch das entsprechende Video von mir verlinkt, und wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen werde ich sehr, sehr viel Inhalte veröffentlichen zum Thema, wie ihr Schritt für Schritt euer eigenes Texte-Business aufbauen könnt, was ihr dafür beachten müsst, wie ihr bessere Texte schreibt, und wie ihr davon, äh, klar, sage ich mal, von ein paar Euro pro Monat, ähm, über das Plattform wie Content.de dann hingehen könnt, äh, zu wirklich Tausenden von Euro im Monat als Freelancer, als Dienstleister im Bereich Texte schreiben, Copywriting, Content-Writing, und, und, und. Und wie gesagt, wenn ihr nebenbei einfach ein bisschen Zeit habt und Zeit totschlagen müsst, dann geht auf solche Plattformen, Musiktest24, das kann nie schaden, übrigens, wenn ihr wissen möchtet, wie ihr so ein Texte-Business aufbauen wollt, wenn ich gerade geredet habe, kann ich euch nochmal kurz mein Coaching ans Herz legen, geht mal auf basta-ds.de slash coachings, da sind meine Coaching-Pakete gerade auch im Angebot, als kleines Dankeschön für die tausend Abonnenten, da kann ich euch eben auch helfen, ihr weiter unten auf der Seite seht ihr das Ganze, dass ihr da Geld verdienen mit Texten könnt, wie gesagt, ich habe selber seit einigen Jahren, jetzt seit fünf Jahren eine Agentur für Suchmaschinenoptimierung, also komplett basierend auf dem Thema Copywriting und Texten für Kunden und Unternehmen, deswegen kann ich euch da ganz gut helfen, das heißt, wenn ihr möchtet, kommt da mal gern vorbei, stellt eine Anfrage, schickt mir eine E-Mail an, kontakt-app-bastien-s.de und dann können wir uns bald eins zu eins mit dem Coaching wiedersehen. Das soll es für das Video gewesen sein, ich danke euch fürs Zuschauen, vergesst nicht den Daumen nach oben, gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos.